Wir haben hier eine Kampfsituation. Die Art dieser Bedrohung erfordert ein komplettes Angriffsteam. Du wirst eingesetzt. Eine unserer bedeutendsten Lehranstalten wird bedroht. Das ist mehr als nur ein Angriff auf unser Land. Das ist ein Angriff auf unsere Zukunft. Alle Helfer vor Ort reagieren nicht mehr auf unsere Funksprüche. Der Einsatz einer nicht identifizierten biochemischen Waffe forderte zahlreiche Verluste. Das wird die Feuerprobe für ein neu aufgestelltes Rainbow-Team gegen eine unbekannte Anzahl feindlicher Kämpfer. Ihr werdet direkt im Zentrum des Geschehens abgesetzt. Unsere Dekontaminationsteams halten sich bereit. Dies ist eure Stunde. Eure Befehle lauten die Bedrohung zu eliminieren und mögliche Gelegenheit zu retten. Aus diesem Grund wurde Rainbow gegründet. Dafür wurdet ihr alle trainiert. Keine andere Einheit der Welt hätte vollbringen können, was ihr heute erreicht habt. Aber dieser Sieg hat einen hohen Preis. Unsere Nation wurde getroffen, wo wir am verwundbarsten sind. Doch im Angesicht dieser neuen Bedrohung müssen wir wachsam bleiben. Denn das eigentliche Ziel unseres Feindes bleibt weiter unbekannt. Die Reaktivierung des Rainbow-Teams war die richtige Wahl. Unsere einzige Wahl in diesen unsicheren Zeiten. Unsere Arbeit beginnt gerade erst. Wir werden die Verantwortlichen für diesen Angriff jagen. Wir werden ihnen zeigen, dass wir keine Angst haben. Wir werden uns jeder möglichen Bedrohung entgegenstellen. Nun, da Rainbow an unserer Seite ist.